so kurzes update hier noch mal eine röhre reingetan für die königin die man ausbüxt die sitzt jetzt hier oben hier oben im ausgang und ich weiß nicht was sie da macht keine ahnung was sie vor hat da sieht man jetzt die königin mit den eiern und den arbeiterinnen die letzten drei eine hat uns leider verlassen die ist wohl ertrunken irgendwie war meine schuld gibt es zu auch nicht so toll und da sitzt die andere königin ich glaube nicht dass dies noch packen wird aber so viel zu tag 11 das licht ausmachen ein bisschen so ist besser scharf da ist jetzt die röhre noch wie gesagt da sind sie die zwei bis morgen